Der Vogel, der gelegentlich mal Pause macht. In der Gewerkschaft formiert, merkt man das, dann sitzt er auf dem Zaun, auf dem Boden, auf dem Baum, auf der Bank, aber auch schon mal auf Kopf oder Schulter eines Besuchers. Solltet ihr oder sie gleich das... Ja, Mütze hochziehen hilft der Garten zu machen. Solltet ihr gleich das Gefühl haben, dass hier oder dort ein Vogel sitzt, also einen, den man sehen kann, so lange kennen wir uns jetzt noch nicht, dann ist folgender Hinweis wichtig, ruhig stehen oder sitzen bleiben, damit der Vogel in aller Ruhe am Ohrläppchen spielen kann. Von hinten kommt der Tarzan mit dazu, begrüßt ihn ruhig mit einem herzhaften Applaus. So sieht man aus, wenn man Wüstenbusard heißt und dieser Vogel ist ein recht flexibler Jäger. Da ist so ein Wüstenbusard in der Lage, Beute in der Luft und Beute am Boden zu machen und damit kann er natürlich unabhängig viel Beute sich dementsprechend zu Gemüte führen. Tarzan, komm mal runter hier. Es gibt aber viele Greifvogelarten, die sind spezialisiert. Denk zum Beispiel an den Fischadler, der fängt ausschließlich Fisch. Der Schlangenadler muss lange suchen für seine Beute. Ich weiß gar nicht, wie der Kaiseradler heutzutage satt wird. Der Kaiseradler ist das Problem. Oben im Baum auch der Vogel, jetzt bitte nicht mit offenem Mund nach oben schauen. Ja, gelegentlich wird der Darm leer gemacht, bevor es dann wieder losgeht. Tarzan, hey! Bekannt geworden sind diese Wüstenbusard aus einem ganz simplen Grund. Die gehen gerne in der Gruppe zur Jagd. Mehrere Tiere gleichzeitig jagen auf ein Beute-Tier. Einer lenkt euch ab, das macht der Tarzan hier durch seine bloße Anwesenheit. Dann nutzt ein zweiter Vogel den Moment, um blitzschnell überraschend aus dem Hinterhalt Beute zu machen. Ein zweiter Vogel. Begrüßt ihn ruhig, Sally ist mit dabei. Und wenn wir sagen, die Tarzan kommt noch mit dazu. Und nun machen wir folgendes. Wir spielen jetzt eine Gruppe Wüstenbusale. Und ihr, ihr spielt die Beute. Okay? Ich hab mich mal umgeschaut. Der ein oder andere Kleinsäuger ist ja schon im Publikum. Hallo, vielen Dank. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier was erweuten können. Wichtig ist jetzt hierbei, alle Akteure im Auge zu behalten. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr nicht nur beim Medium-Verband seid, gibt das Kopfschmerzen. Denn von links und rechts kommen unsere Tierchen hier gleich dementsprechend eingeflogen. Wind und Tarmel sind nötig, damit diese Vögel auf größere Höhen kommen. Größere Höhen heißt, bis auf 7500 Meter kann solch ein Vogel dann dementsprechend anschneiden. Rekordhalter ist aber der Andenkondor. Der wurde schon auf einer Höhe von 10500 Meter gesichtet. So, Tarzan halten wir mal kurz fest. Denn mit unserer Sally möchte ich euch jetzt mal zeigen, warum diese Tiere Greifvögel genannt werden. Denn die fangen und töten ihre Beute mit den Füßen. Nicht wie der Rabe eben, der hat das Futter mit dem Schnabel gefangen. Dieser hier fängt es gerne mit dem Fuß. Da ist er nicht so talentiert drin. Manchmal berührt er es nur und ganz selten fliegt ein frisches Stück Fleisch Richtung Publikum. Sollt euch also gleich ein frisches Stück Fleisch entgegenkommen, macht einfach mit. Fangt das Stück Fleisch mit dem Mund oder mit dem Fuß. Das könnt ihr kurzfristig entscheiden, wenn es auf euch zukommt. Achtung, Konzentration und Tommelwirbel. Das Stückchen Fleisch fliegt hoch in die Luft, Sally hinterher und... Ich habe ein zweites frisches Stück Fleisch. Das nehme ich jetzt in einem beliebigen Block. Und ihr könnt mal zeigen, was ihr drauf habt. Achtung. Nein. Nein. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, ob wir nicht in der Lage sind, live und in Farbe hier einmal Beute zu machen. Meine Frage ans Publikum. Hat jemand einen Kleinsäuger abzugeben? Nein. Sie möchten das nachher für die Kinder nicht loswerden? Dann frage ich mich etwas netter. Ist jemand im Publikum mit dabei, der mal Lust hat, mal den Handschuh überzustreifen mit dem Ziel und der Aufgabe, dass ein Vogel darauf landet? Wie sieht's aus? Wer hat Bock? Irgendeiner im Publikum am liebsten? Ohne natürlich jetzt Kinder nach vorne. Guck mal, die reißt sich ja schon mal die Arme aus. Komm du zu mir, du kriegst einen riesen Applaus, weil du so muss ich dir. Hallo, wie heißt du? Sag du, Anna. Anna, warum hast du dich gemeldet? Weil ich nicht. Ich bin nicht. Sehr schön. Aber du sollst jetzt Beute spielen und dann gucken wir mal, ob du das dann auch noch so faszinierend findest. Du läufst jetzt, so schnell du kannst, in diese Richtung. Wir schicken diesen Bussard hinterher, der packt dich im Genick und alle klatschen. Okay? Ich selber bis drei und du läufst los. Möchtest du noch was zu Mutti sagen? Mach mal Folgendes. Du müsstest jetzt lächeln und winken, damit die dich lächeln und winkend in Erinnerung behält. Meinst du das so? Haben sie eine Kamera mit? Wir können sie auch schon vorher im Bild machen. Wir haben Auflage von der Versicherung. Die zweite Variante ist, du kriegst mal den Handschuh und der Vogel landet da auf. Jetzt denk mal drüber nach. Möchtest du laufen oder willst du den Handschuh haben? Sie hat sich für laufen entschieden. Auf geht's. Ich habe keinen Handschuh. Das ist meine Haute. Komm mal rüber hier. Linke Hand rein. Das andere links bitte. Dann kriegst du ein Stückchen Fleisch zur Belohnung. Das ist für den Vogel, okay? Pass auf. Achtung, das wird ein wahnsinns Flug. Halt dich fest. Und? Jawohl. Oh, schon wieder weg. Pass auf, das machen wir nochmal. Die Leute hatten ja gar keine Zeit zum Klatschen. Pass mal auf. So, Achtung. Das Stückchen Fleisch kommt drauf. Der Vogel kommt mit dazu. Und dann könnt ihr ganz schnell klatschen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. So, Sally macht's spannend. Und? Kürzen! So, Sally kommt noch einmal zu mir hier vorne runter. Dann hat auch die schon mal ihre Sache gut gemacht. Sally, höll! Und so ein Wüstenmustart wird auch als Harris Hawk bezeichnet. Hawk ist die englische Bezeichnung für Habicht. Habicht, das sind die Tiere, die auch rein theoretisch bei uns hier im Wald vorkommen. Und diese Tiere sind ohne Frage hervorragend für die sogenannte Beizjagd. Beizjagd heißt, man geht mit diesen Vögeln jagen. So, vielleicht hat die Sally Bock, lieber nach da hinten zu verschwinden. Janine, probiert's mal. Und ihr könnt sie gerne mit einem dicken Applaus verraten. Applaus